Ja, worum geht es heute? Es geht darum, kann unsere Essensauswahl Demenz fördern, uns ängstlicher, sogar aggressiver machen, die Gehirnleistung einschränken. Und ich denke, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir da mal hinschauen. In Großbritannien zum Beispiel hat eine Studie in einem Gefängnis gezeigt, dass Häftlinge, die Vitaminpräparate zum Frühstück bekommen haben, weniger gewaltbereit waren, als die Häftlinge, die es nicht bekommen haben. Und in Deutschland hat eine Psychologin der Universität Lübeck nachgewiesen, dass die Zusammensetzung des Frühstücks das soziale Verhalten beeinflusst. Wow, oder? Ja, und das versuchen gerade Wissenschaftler auf der ganzen Welt, immer mehr herauszufinden, was durch die Ernährung genau im Gehirn passiert. Und ein paar Sachen möchte ich euch heute zeigen. Dieser neue Wissenschaftszweig, relativ neu, heißt Neuronutrition. Und es ist praktisch an der Schnittstelle zwischen Neurologie und Ernährungswissenschaft. Ja, und da wurden Experimente mit Ratten, Mäusen, Fliegen gemacht, die neue Einblicke in unser Essverhalten geben. So führt zum Beispiel eine fett- und zuckerreiche, aber auch eine Ernährung mit industriell verarbeiteten Lebensmitteln bei Laborratten, nicht nur zur Fettlebigkeit, sondern hat auch unmittelbaren Einfluss auf ihre Gedächtnisleistung. Und bei Mäusen hat man erkannt, dass bestimmte Darmbakterien sehr ängstlich machen. Verpflanzt man die Darmbakterien dann in eine andere Maus, ist die auch ängstlich. Verpflanzt man gute Bakterien in die ängstliche Maus, wird die ruhiger. Und diese Darmbakterien werden mit durch unser Essen bestimmt. Das ist doch interessant. Also ich bin nicht für Tierversuche, aber ich finde diese Untersuchungsergebnisse trotzdem sehr interessant. Und habe gedacht, vielleicht interessiert es euch auch, da mal heute genauer hinzuschauen. Gut, ja, also ein ganz wichtiges Thema. Also da habe ich zum Beispiel im Fokus gefunden, Menschen essen sich ihr Gehirn weg. Krasse Aussage, oder? Und ja, Demenzforscher erklären, wie sie sich schützen können. Ja, und da steht halt, dass Fastfood schlecht für Herz und Figur ist. Das ist den meisten bekannt, aber was wir noch nicht wissen, ist, dass Burger, Pommes, Pizza generell fett- und zuckerreiche Ernährung im Gehirn Schäden anrichtet. Und die Forscher stellen jetzt einen Zusammenhang zwischen Fastfood und Demenzerkrankung her. Und zwar hat das Team rund 200 internationale Studien ausgewertet. Und damit haben sie natürlich eine große Datenmenge. Und bei deren Analyse haben sie erkannt, je schlechter sich Menschen ernährten, je weniger Sport sie trieben, desto höher ist das Risiko, eine Demenz oder andere Anzeichen einer kognitiven Dysfunktion zu entwickeln. Wow, oder? Ja. Ja, und die Max-Planck-Gesellschaft schreibt, dass Süßigkeiten unser Gehirn verändern. Wenn wir regelmäßig nur kleine Mengen davon essen, lernt das Gehirn auch weiterhin genau diese Lebensmittel konsumieren zu wollen. Und dann haben wir diesen Heißhunger auf Süßes oder Schokolade oder auf was Fettiges. Und natürlich möchte ich auch heute wieder gucken, wie kann man da ganzheitlich mit umgehen. Aber ja, es ist total wichtig, dass wir auf unsere Informationen achten. Doch wenn wir auf der Materieebene immer wieder Negatives oder Dinge, die uns schädigen, zu uns nehmen, ist es viel schwieriger, von der Informationsebene das wieder auszugleichen, als wenn wir schon auf der Materieebene auch schauen, was können wir uns denn Gutes tun. Das darf zusammenspielen. Und es wirkt zum Glück auch umgedreht, je mehr positive Informationen wir auf der Informationsebene haben, desto eher hat man gemerkt, ist man bereit, auch gesündere Entscheidungen in der Auswahl zum Beispiel des Essens zu treffen. Also es wirkt sich aufeinander aus. Ich möchte jetzt erst noch wieder mit der Materieebene noch ein bisschen weitermachen und dann schauen wir, was können wir auf Informationsebene alles tun. Und ja, wir sind ja die ganze Zeit in diesem transformativen Feld der Liebe, Frieden, Harmonie, Kalligrafien, das uns helfen kann, positive Informationen zu stärken. Gut, ja, neue wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass die Ernährung unmittelbaren Einfluss auf unsere seelische Gesundheit und geistige Verfassung hat. Das ist jetzt was von einer Dokumentation aus Arte, die würde ich euch sehr empfehlen, die heißt Unser Hirn isst, was es isst. Da habe ich einiges von rausgenommen, weil ich die so interessant fand. Und ja, da hat die Professorin Margit Morris an der Universität Sydney, die hat gesagt, dass diese noch junge Wissenschaft ganz neue Facetten über die Ernährung offenbart. Und es gibt immer mehr Studien, die nahelegen, dass einseitige Ernährung mit Junkfood nicht nur dick macht. Eine fett- und zuckerreiche Ernährung lässt wahrscheinlich auch unser Gehirn schrumpfen. Wow! Durch erhöhte Fett- und Zuckeraufnahme wird das Gehirn umprogrammiert. Veränderung von Gehirnfunktionen und auch des Verhaltens bewirken, dass unser Essen auch unsere Alltagsentscheidungen beeinflusst und einen entscheidenden Einfluss auf unsere Gemütslage hat. Also es geht nicht nur darum, macht es mich dick, sondern es geht um meine Emotionen, es geht um meine Gehirnleistung, es geht um meine Entscheidungswahl. Ich denke immer, ich kann mich frei entscheiden. Aber all das hat auch mit der Ernährung zu tun. Und die Professor Felice Chaka aus Melbourne, die hat schon Mütter während der Schwangerschaft beobachtet, was nehmen die so zu sich und dann weiterhin auch die Kinder. Und sie hat festgestellt, Kinder, die zu wenig Gesundes essen und dafür mehr Junkfood zu sich nahmen, die zeigen öfter ein wütendes und aggressives Verhalten. Aber auch Trauer, Angst, Unruhe, Albträume. Studien aus Australien, die wurden in Spanien, in den Niederlanden und in Kanada bestätigt. Also es ist nicht nur so mal einer sagt was, sondern ja, da sind sie sich inzwischen einig, dass unser Essen unser Verhalten beeinflusst. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen der Qualität der Nahrung und den Stimmungsschwankungen der Kinder. Hirnforscher sehen die Ursache in einer erhöhten Fett- und Zuckeraufnahme, aber auch in einer einseitigen Ernährung. Industriell verarbeitete Lebensmittel und Junkfood verfügen oft über keinerlei Nährstoffe und liefern somit dem Körper und vor allem den Neuronen nicht, was sie benötigen. Ja, ist doch wichtig, das zu wissen, ne? Und Dr. Sophie Lallier aus Bordeaux, die sagt, Mäuse mit zu geringer Omega-3-Versorgung zeigen ernsthafte Angststörungen. Graue Zellen bestehen aus 90 Prozent aus Fett, das sie nicht selbst herstellen können. Und die Neuronen dieser Mäuse zeigen deutliche Anomolien. Die Verbindung zwischen den Nervenzellen nimmt ab und sind teilweise verkümmert. Das kann man dann unter Mikrosokop genau sehen. Und diese ängstlichen Mäuse, da hat man so einen Test gemacht, normalerweise sind Mäuse sehr, sehr neugierig und erkunden gern alles im hellen Bereich. Schauen Sie sich das alles ganz genau an. Und diese Mäuse, die zu wenig Omega-3 hatten und dann später kam auch noch dazu, dass die bestimmte Darmbakterien haben, die ziehen sich in dunkle Ecken zurück und erkunden den Raum quasi nicht. Also ganz, ganz interessant. Ja, die Professor Markel Tmorg, die hat so ein Labor, in dem wirklich Ratten mit den Sachen aus dem Supermarkt gefüttert werden oder von Fastfoodketten, ähnlich wie sich viele Menschen hier in den Industrieländern ernähren. Und ja, die erste Folge ist natürlich, dass die Ratte dicker wird und sie frisst doppelt so große Portionen. Das Tier scheint praktisch niemals satt zu sein und es kommt, weil da keine Nährstoffe sind. Also frisst sie immer mehr, damit sie das Gefühl hat, sie kriegt alles, was sie braucht. Aber eine noch größere Überraschung ist, dass die überfütterten Ratten ein geschädigtes räumliches Gedächtnis und andere Funktionsstörungen hatten. Und die sind für die Wissenschaftler wirklich ein Alarmsignal. Also da wurde eine Ratte in den Raum mit zwei Tassen reingesetzt und eine Ratte ist auch sehr neugierig. Die erkundet dann immer alles und hat sich die eine Tasse und die andere Tasse angeschaut. Dann wurde sie wieder rausgenommen. Die eine Tasse wurde verrückt, also nur woanders hingeschoben. Und normalerweise, also wenn die Ratten normal ernährt wurden, dann haben die praktisch nur noch die verschobene Tasse genauer untersucht. Die andere vielleicht mal hingeschnuppert, aber die verschobene wurde genauer untersucht, weil das war neu. Wenn die Junkfood bekommen hatten, dann haben sie das nicht mehr gecheckt, dass die eine Tasse vorher ja auch schon da stand. Dann haben sie wieder beide gleich lang untersucht. Also schon sehr interessant. Und das deutet einfach auf eine Veränderung im Hypocampus hin. Ja, der Hypocampus, der ist fürs Lernen und für die Festigung von Erinnerungen zuständig. Von dem hat man schon ein paar Mal auch. Ja, durch Trauma wird er ja verändert. Aber auch die Ernährung verändert ihn. Ganz interessant, oder? Ja, Dr. Serge Ahmed, auch aus Badou, der hat den Labortest gemacht. Ja, klingt nicht nett, aber die Ratten wurden mit Kokain und Zucker aufgezogen. Und dann wurden ihn nach mehreren Wochen dieser Ernährung in so ein Labortesting gestellt. Also in so einen Raum, wo zwei Hebel waren. Der eine war mit einer Spritze verbunden, die die harte Droge enthält. Und der zweite Hebel mit einer Spritze, die zuckerhaltiges Getränk enthält. Und die Ratten, die haben viermal häufiger den Hebel für Zuckerwasser als für die Droge benutzt. Ja, mit Zuckerwasser, da hat dann keine Überdosis gedroht. Aber diese unbändige Lust darauf ist deutlich erkennbar. Und es zeigt, wie hoch das Suchtpotenzial von Zucker auch ist. Und ja, Zucker ist einfach in so vielen Nahrungsmitteln. Wir wissen es in gesüßten Getränken, in Limonaden und so. Aber sie isst teilweise auch in Schinken, Käse, Suppen und vielen mehr. Und dadurch werden wir oft süchtig, ohne es zu merken. In den USA, in Oregon, da erforscht man den Einfluss von Zucker aufs menschliche Gehirn. Und die Untersuchungen zeigen, dass der gewohnheitsmäßige Konsum energiereicher Nebelsmittel die neuronalen Schaltkreise genauso verändert wie der Konsum von Drogen. Also das ist nicht nur, naja, ich esse halt gern Süßes oder ich brauche täglich meine Schokolade oder wie auch immer. Es macht wirklich was mit uns. Und ich wollte einfach, dass uns das heute mal deutlich bewusst wird, bevor wir mal gucken, was können wir alles tun. Es gab auch den Test mit 100 Studenten. Und da hat man ausgewählt, 50, die angegeben haben, dass sie regelmäßig Eiscreme essen und 50, die nie welche essen. Und die sind dann in so ein MRT geschoben worden mit so einem Schlauch, wo sie dann immer wieder Zucker, Wasser zugeführt bekommen haben. Und bei allen, die keine Eiscreme essen, wurde das Belohnungssystem im Kopf ganz stark aktiviert. Und bei denen, die es täglich essen, hat man praktisch keine Aktivierung feststellen können. Das sind hier diese Zentren im Kopf, die dann aufleuchten. Das heißt, wir gewöhnen uns dran. Wir brauchen da eine immer höhere Dosis wie bei den Drogen, damit es überhaupt noch funktioniert. Ja, schon interessant, oder? Was da so alles in unserem Kopf passiert. Ja, und dadurch, dass das Belohnungssystem immer weniger aktiviert wird, haben wir das Gefühl, wir brauchen es immer mehr. Und das Vergnügen wird erheblich gemindert. Und ja, das ist ähnlich bei Kokain und anderen Drogen. Da hat man ein ganz ähnliches Muster gesehen. Man muss die Dose steigern, um dasselbe Vergnügen zu empfinden. Ja, und dann gibt es noch einen subtileren Effekt, der aber auch gefährlich ist, weil durch eine zuckerreiche Nahrung reagiert das Gehirn hypersensibel auf Bilder von Lebensmitteln. Also, zum einen wird das Belohnungssystem durch den Konsum immer weniger aktiviert, aber wir reagieren immer stärker auf die Reize, die eventuell einen Konsum von Zucker versprechen. Und das verführt zum Essen. Der Einfluss unseres Gehirns spielt also eine Rolle bei der Auswahl unseres täglichen Essens. Da hat man in Lissabon auch eine Studie gemacht, der Dr. Ribeiro. Und der hat mit Fliegen eine Studie gemacht. Ich kann es jetzt nicht genau erklären, aber die konnten praktisch wählen zwischen eiweißhaltigen Flüssigkeiten und zuckerhaltigen Flüssigkeiten. Und es wurde untersucht, wie oft und wie schnell und in welchen Mengen sie was fressen. Und diese Entscheidungen, die wurden dann analysiert. Und die Fliegen, die sich nicht für Eiweiß interessiert haben, da hat man dann festgestellt, dass bei denen bestimmte Darmbakterien sind, die sich auf die Ernährungsentscheidungen auswirken. Und diese Darmbakterien, die haben den Appetit auf Eiweiß gehemmt. Und man hat dann überlegt, ob die Darmbakterien sich auch auf unser Gehirn auswirken. Das wurde dann in Irland vom Professor Kryan untersucht. Und der konnte beweisen, dass Darmbakterien auch bei Säugetieren bestimmte Verhaltensweisen beeinflussen. Man hat also da, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, die Darmbakterien von extrem ängstlichen Mäusen untersucht. Und die hatten alle diese bestimmten Darmbakterien. Und wenn man die in normale Mäuse verpflanzt hat, dann wurde die nicht ängstlich. Und umgedreht, ganz interessant, lässt sich der Stresslevel ängstlicher Mäuse mit Bakterien normaler Mäuse reduzieren. Also, ja, es gibt so viele Menschen, also ich kenne sehr viele, die zu mir kommen, die mit Ängsten zu tun haben. Deswegen denke ich, ist es wichtig, dass wir das wissen. Und dieser Kommunikationsweg, der geht über den Vagusnerv. Dazu habe ich ja eine eigene Stunde hier auf YouTube. Der kommuniziert mit allen Organen bis in den Darm hinein. Und die Effekte der Bakterien bei Mäuse, die verschwinden, wenn man diesen Vagusnerv durchtrennt. Von dem her kann man sicher sein, dass das Verhalten durch den Vagusnerv, durch die Bakterien kommt und nicht zufällig ist. Ja. Also, so interessante Untersuchungen, oder? Und der wichtigste Einfluss auf unsere Darmflora, der kommt durch unsere Ernährung. Und dabei ist die Vielfalt der Lebensmittel entscheidend. Ja, die bestimmt die Zusammensetzung unserer Darmflora. Wissenschaftler fangen erst seit wenigen Jahren an zu verstehen, wie sehr unsere Ernährung unsere Darmflora und damit auch unser Gehirn beeinflusst. Man kann also mithilfe der Ernährung das Gehirn verwöhnen und die geistliche Gesundheit fördern und auch die Gemütslage verbessern. Ist doch wunderbar, oder? Ja. Ja, es geht nicht nur um die Gemütslage. Das hat man in Bordeaux auch im Labor festgestellt, dass bei den überfütterten Mäusen gibt es die sogenannten Mikrogliazellen. Das ist eine Gruppe von Immuneffektorzellen des zentralen Nervensystems. Die beginnen, die Neuronen aufzufressen. Und die fressen normalerweise nur tote Neuronen, aber durch eine unausgewogene Ernährung kommen die aus dem Gleichgewicht und außer Kontrolle und fangen dann an, lebende Neuronen zu fressen. Und so können sie wirklich zur Zerstörung unserer neuralen Netze beitragen und gesunde und funktionsfähige Neuronen vernichten. Und dieses Phänomen, das steht jetzt im Verdacht, dass es die Hirnfunktion wirklich erheblich schädigt. Ja, war schon lange bekannt, dass zu fettige, zu zuckerhaltige Ernährung, Krebs, Herzinfarkt, Diabetes, Übergewicht, sowas begünstigt. Und jetzt kommt dazu, dass die Ernährung so wichtig ist für die Gesundheit des Gehirns, für unsere Emotionen, für unsere Entscheidungen und vieles mehr. Und das eben schon bei unseren Kindern, damit die sich nicht erst so dieses Suchtverhalten auch angewöhnen. Man kann es auch rückgängig machen. Also jetzt nicht sagen, jetzt bin ich halt auf Zucker, jetzt muss ich immer Zucker essen. Nee, aber es zeigt einfach, wie schnell man dann sich wieder für Zucker entscheidet, wenn man öfters zuckerhaltige Lebensmittel zu sich nimmt. Zeige ich euch mal, was Fokus Online dazu sagt, was man vermeiden sollte. Ja, um sich vor Übergewicht, Diabetes und möglicherweise auch Demenz zu schützen, sollten Sie auf folgende Lebensmittel verzichten. Frittiertes und Fastfood wie Burger und Pommes verarbeitet Lebensmittel wie Chips oder Desserts, rotes und verarbeitetes Fleisch wie Wurstwaren, Butter, Margarine, Käse, Zucker und Alkoholgehaltige Getränke, Gebäck und Süßigkeiten. Ah, dann kommt es jetzt nochmal. Das habe ich doppelt abgeschrieben. Besonders überzeugt sind die Wissenschaftler von der bekannten Mittelmeerkost. Sie ist reich an pflanzlichen Lebensmitteln und hat verschiedenfarbliche Gemüsesorten und Obst. Wichtig sind auch Hülsenfrüchte, Bohnen, Linsen, Kichererbsen. Hinzu kommen Nüsse, Kerne, Fisch und Olivenöl. Wer Vegetarier ist, der kann den Fisch ja durch mehr Nüsse und gute Öle ersetzen. Ja, Wissenschaftler glauben, dass diese große Bandbreite auch zu großer Bandbreite an Bakterien im Darm führt. Und diese Vielfalt der Darmflora sorgt für eine gute Gesundheit. Das ist so die Lösung auf Materieebene, dass wir wirklich mehr darauf achten, was essen wir, was trinken wir. Ja, gerade auch Menschen, die mit emotionalen Schwierigkeiten zu tun haben, kann das eine große Hilfe sein, um da leichter wieder die Emotionen ausgleichen zu können. Ja, 2017 wurde die erste Studie mit 67 Patienten mit schweren Depressionen durchgeführt. Und sie wurden drei Monate lang von einem Ernährungsberater unterstützt. Am Ende wurden sie erneut untersucht. Und die Veränderung der Ernährung hat die Depression verringert. Interessant, je mehr sie sich an die mediterrane Ernährung gehalten haben, desto besser fühlten sie sich. Ja, sehr schön, oder? Auch Gewürze, die seit Jahrhunderten in der traditionell indischen Küche genutzt werden, werden auf ihre positive Wirkung auf die Psyche inzwischen in den Laboren erforscht. Ja, und besonders rote Früchte erwecken große Erwartungen, weil darin sind Polyphenole enthalten und die haben die Fähigkeit, geschädigte Neuronen neu zu beleben. Ist das nicht wunderbar? Also ich habe hier ein Bild von Himbeeren, aber es gilt natürlich für rote Johannisbeeren für alles, was rot ist und diese Polyphenole enthält. Als die älteren Mäusen gegeben wurden, konnte man beobachten, dass der kognitive Verfall sich verringerte. Die Tiere waren vor Gedächtnisstörungen geschützt. Und die Studie mit 200 Probanden über 65 Menschen mit normalen, altersbedingten Erscheinungen, die hat gezeigt, dass sich diese Erscheinung durch die Aufnahme hoher Polyphenol-Dosen verbessert hat. Ist das nicht wunderbar? Also wir können durch die Ernährung auch wieder einiges umkehren und ja, einiges verändern im Gehirn, in unserem Gefühlshaushalt, da, ja, wie es uns geht. Es gibt auch Studien, wie wichtig das positive Denken ist, dass uns auch das schützt. Da haben Wissenschaftler herausgefunden, dass positives Denken nicht nur den mentalen Stresslevel reduziert und sich auf diese Weise indirekt positiv auf die körperliche Gesundheit auswirkt. Sie haben auch herausgefunden, dass eine optimistische Lebenseinstellung das Immunsystem stärken und so ebenfalls vor der Entstehung von Krankheiten vorbeugen kann. Also kommen wir jetzt dazu, dass Materieebene was Wichtiges ist, dass wir aber auch in andere Ebenen gucken dürfen. Und ja, da hat man erkannt, dass Optimisten leben gesünder und sie leben länger. Optimisten gehen zunächst mal davon aus, dass schon alles gut gehen wird, rechnen nicht von vornherein mit dem Schlimmsten und davon profitieren sie in vielerlei Hinsicht. Und da gibt es neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, dass es äußerst positive Auswirkungen auf den menschlichen Organismus hat. Also positives Denken erhöht die Lebenserwartung, verringert das Risiko für Depressionen, schützt vor Erkältungen, verbessert psychisches und physisches Wohlbefinden, senkt das Herz-Kreislauf-Risiko und damit auch die Gefahr an der Herbzerkrankung zu sterben, macht uns in Stresssituationen leistungsfähiger. Klasse, oder? Das habe ich vom Zentrum der Gesundheit rausgenommen. Was man auch gesehen hat, dass Optimisten meist einen gesünderen Lebensstil bevorzugen. Also sie haben mehr Spaß an gesunder Ernährung und sind begeisterte Sportler. Überdies konsumieren sie weniger Alkohol und Zigaretten. Also wenn überhaupt nur in geringen Mengen. Also da seht ihr wieder, dass die Informationsebene auch Einfluss auf unsere Entscheidungen hat, auch auf unsere Ernährungsentscheidungen. Also das wirkt sich gegenseitig aus. Positives Denken hat also zahlreiche Vorteile für die Gesundheit und ist einfach leicht anzuwenden, praktikabel. Und hier geht man davon aus, und das sind Quellen aus der Mayo-Klinik über positives Denken, dass selbst eingefleischte Pessimisten ihre Denkmuster recht einfach sagen, die es sogar verändern können. Aber zuerst mal dürfen wir uns bewusst werden, welche negativen Denkweisen haben wir denn überhaupt? Und folgende Verhaltensweisen könnten darauf hinweisen, dass man pessimistisch ist. Also erstens, man konzentriert sich auf negative Kleinigkeiten und blendet aus, was gut läuft. Das ist auch oft so ein Zeichen für Depressionen, dass alles, was schwierig ist, das wird als riesengroß wahrgenommen und das, was gut läuft oder was gut ist, das sieht man dann oft gar nicht mehr so. Und dann auch, ja, was oft auch ist, wenn was schief geht, dann gibt man sich automatisch selbst die Schuld. Man erwartet immer das Schlimmste. Man sieht entweder alles als gut oder als schlecht an. Dieser Mittelweg, der gibt es bei Pessimisten oft nicht. Und damit wird alles, was eigentlich noch okay ist, automatisch als schlecht eingestuft, weil man eher dazu neigt. Habe ich letztes Mal schon gezeigt, finde ich so gut. Also selbst die positivsten Menschen haben negative Gedanken, die, ja, das Geheimnis dabei ist, die nicht zu nähren, die nicht zu unterstützen oder nicht zu füttern. Damit können wir uns so viel Gutes tun. Ja, vielleicht interessiert es euch auch noch, was da die Mayo Clinic gesagt hat. die empfiehlt, in kleinen Schritten vorzugehen. Also erst mal überlegen, wann wir besonders häufig negativ denken und sich vorerst mal auf spezifische Situationen zu konzentrieren. Also ich kann nicht einfach sagen, ab jetzt denke ich positiv und alles ist wunderbar. Dann sich während des Tages immer wieder fragen, ob ich gerade positiv oder negativ denke. Und dann eventuell die negativen Gedanken durch positive ersetzen. ja, also die Gedanken kontrollieren. Dann ist Lachen ganz gut, am besten auch dann, wenn es einem gerade gar nicht danach ist, weil das ja bestimmte Hormone dann im Kopf freisetzt. So, ich hoffe, ich bin wieder da. Ja, das Lachen, das setzt bestimmte Hormone im Kopf frei, auch wenn es erst mal nur künstlich ist. Deswegen hilft es uns, da, ja, optimistischer zu werden. Dann natürlich ein gesunder Lebensstil. Also das sagt man auch hier. Verwöhnen Sie sich mit gesunder Ernährung und schönem Bad oder anderweitiger Entspannung. Umgeben Sie sich mit Menschen, die positiv denken. Das sind die Raten, Miesepeder zu meiden. Denken Sie über sich selbst nicht schlechtes, negatives, unfreundliches. Behandeln Sie sich gut, stellen Sie sich vor, ein Kind zu sein, auf das Sie aufpassen, damit ihm nichts Unrechtes geschieht. Und das ist wirklich so. Würden wir unser Kind denn schimpfen, wenn es, ja, wenn ihm eine Tasse runterfällt oder so, nee, wir trösten es und sagen, nicht so schlimm, wir können eine neue kaufen oder so. Also schiebt eure Selbstvorwürfe beiseite. Überlegt lieber, was könnt ihr künftig besser machen. Aber das ist wirklich auch das, was so wichtig ist, weil es hat ja Hoffkinds festgestellt, dass Schuld- und Schamgefühle so die niedrigste Frequenz haben. Wenn wir uns also selbst immer Vorwürfe machen, dann senken wir unsere Frequenz und dann haben wir nicht die hohe Frequenz, die wir wollen, um wirklich auch froh und glücklich durchs Leben zu gehen. Das habe ich auf Instagram gesehen. Ich habe es jetzt einfach mal genommen. Ich habe nicht mehr gefunden, von wem, tut mir leid. Aber da steht, du verbringst die meiste Zeit in deinem Leben, in deinem Kopf. Also mache ihn zu einem schönen Ort, damit du dort gerne bist oder so ganz frei übersetzt. Ja, und das können wir eben durch, indem wir darauf achten, was denken wir, was nehmen wir zu uns, wie, ja, womit nähren wir uns. Und hier nochmal, also wir haben jetzt ganz viel über die Materie, Energieebene gehört, aber wir dürfen wirklich auch auf die Informationsebene schauen, weil selbst wenn wir uns sehr gut ernähren, da alles beachten, wenn wir hier noch viel negative Informationen gespeichert haben, auch zum Beispiel über die Gehirnleistung, dann kann trotzdem eine Demenz kommen. Also dürfen wir gucken, dass wir auf allen Ebenen da wirklich gut mit uns umgehen. Ich will nur auch dafür warnen, dass man nur hier auf Informationsebene guckt und dann alles Mögliche zu sich nimmt, weil dann wird es so schwer, auf Informationsebene so viel Licht reinzubringen, damit sich das trotzdem transformiert. Wir dürfen also alles mit einbeziehen, die Information, die Energie und die Materienebene. Ja, das ist mir immer wieder wichtig, dass wir da auf allen Ebenen schauen, damit wir wirklich ganz und gar glücklich gesund werden können. Ja, das kennt ihr schon. Und was ich, ja, was diese Mayo-Klinik praktisch ausgesagt hat, das ist ja das Motto meiner YouTube-Seite, was nährst du, welche Gedanken, Gefühle, Informationen, Verbindungen und da dürfen wir hingucken und natürlich auch, mit welchen Lebensmitteln nährst du dich? Und ich habe da wieder eine Affirmation gedichtet. Guckt, ob es euch zusagt, die könnt ihr mal eine Zeit lang singen, weil es ist ja nicht leicht von jetzt auf nachher, gerade wenn wir da schon vielleicht unser System an viel Zucker gewöhnt haben oder an viel Fetthaltiges, dann dürfen wir uns da helfen, da wieder rauszukommen. Also ich sage es mal und ich singe es auch mal, alles, was ich denke, sage, tue und alles, was ich zu mir nehme und mit zu mir nehmen, meine ich die ganze Bandbreite. da meine ich eben, was ich vorher gesagt habe, welche Gedanken, welche Informationen, vielleicht auch über Zeitung, über Fernsehen, über Gespräche mit anderen, welche Verbindungen nähere ich, welche, ja, auch Nahrungsmittel nehme ich zu mir, was nehme ich mir zu mir und alles, was ich zu mir nehme, motiviert und befähigt, mich gesund und glücklich zu sein. Wenn ich mir das immer wieder sage, werde ich gesündere Entscheidungen treffen. Ich werde anders denken, ich werde anders sprechen, ich werde anders handeln, weil ich mich darauf ausrichte, das zu tun. Alles, was ich denke, sage, tue, alles, was ich zu mir nehme, motiviert und befähigt mich, gesund und glücklich zu sein. Das hilft mir da, auch so Glaubenssätze zu überlisten, die sagen, oh, du schaffst das eh nicht und ohne Schokolade kommst du doch nicht klar oder so. Ich sage mir immer wieder, dass alles, was ich denke, sage, tue, alles, was ich zu mir nehme, motiviert und befähigt mich, gesund und glücklich zu sein. Ja, schön, oder? Gut, vielleicht noch einmal, damit es sich einprägt oder damit ihr Zeit habt, wem es gefällt, es abzuschreiben. Alles, was ich denke, sage, tue, alles, was ich zu mir nehme, motiviert und befähigt mich, gesund und glücklich zu sein. Ja, schön. Guck mal, da steht wieder was im Chat. Wunderbar, freue mich, Ted Mora, dass du da warst. Dass es dir gut getan hat. Okay. Ja, es ist auch was, was Luise Hai sagt. Affirmationen, die funktionieren, wenn wir sie wirklich auch fühlen. Also, wenn ich mir nicht nur sage, ich bin gesund und glücklich, ich bin gesund und glücklich, ich bin gesund und glücklich, also dann funktioniert es nicht. Sondern sie sagt, wenn du sie fühlst und die Aussage vollständig verkörperst, dann bringt sie dich selbst aus dem Weg und lässt die Göttlichkeit des Universums übernehmen. Eine Affirmation, die sie sich selbst schon viele Jahre sagt, ist, alles ist gut, alles entwickelt sich zu meinem höchsten Wohl. Aus dieser Situation wird nur Gutes entstehen und ich bin sicher. Wunderbar, oder? Also, wichtig ist, wenn ihr euch Affirmationen sagt und ich bevorzuge Mantren, weil Mantren sind, ja, sind von sich aus, haben die schon eine höhere Schwingung. Wenn ich die immer wieder sage, dann, und die auch fühle, dann werde ich eins mit denen und dann bestimmen sie wirklich mein Sein. Dann kann ich die mehr und mehr verkörpern und dann ersetzen sie die negativen Denkweisen, meinen vielleicht Pessimismus, meine negativen Glaubenssätze. Glaubenssätze. Und ja, Dr. Master Shah sagt immer, du wirst, was du denkst. Er sagt auch, du wirst, was du sprichst, was du chandest, was du schreibst. Also alles, was du immer wieder magst und das dabei auch empfindest, das bestimmt, wer du bist. Und Mantren helfen uns dabei, unser Denken auf Positives auszurichten. Und so verändert sich mit der Zeit auch unser Verhalten. Es ändern sich unsere Vorlieben in dem, was wir zu uns nehmen, auch an Lebensmitteln, aber auch an Informationen, an all dem, was wir hören, sehen, sprechen. Das verändert sich, wenn wir immer wieder positive Mantren chanten oder uns positive Affirmationen geben. Aber Mantren haben nochmal eine höhere Schwingung. Und so können wir unsere Gesundheit und unser Gehirn nachhaltig, positiv beeinflussen. Das waren doch viele wunderbare Informationen heute, oder? Und jetzt lasst uns dieses Mantra, was uns hier immer wieder so gut tut, von Liebe, Frieden, Harmonie singen. Und dabei auch wirklich spüren, wie wir uns im ersten Satz selbst ganz viel Liebe geben. bedingungslose Liebe. So, wie wir im Moment sind. Mit unserem Gewicht, mit unserer Ernährungsweise, mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen, mit unserer Gesundheit, mit unseren gesundheitlichen Problemen. Wir lieben uns so, wie wir sind. Und je mehr wir das wirklich von ganzem Herzen tun, desto automatischer haben wir den Wunsch, auch Liebe weiterzugeben. Was der zweite Satz ist. Wir dürfen alles lieben. Jeden Liebe schenken. Und warum jeden? Weil in jedem, ja, ein lichtvoller Kern ist. Und den dürfen wir sehen, wahrnehmen, ihm Liebe schenken, damit er wachsen kann. Manchen ist es sehr offensichtlich, in manchen ist er recht versteckt. Aber je mehr Liebe geben wir geben, desto mehr kann er wachsen. Und dann, ja, kommt immer mehr Einheit zwischen Herzen und Seelen. Dann wächst immer mehr Liebe, Frieden, Harmonie. Lasst uns miteinander singen und dann auch mit den Kalligrafien zusammen noch stärken. Ich liebe mein Herz und meine Seele. Ich liebe die ganze Menschheit. Liebe, Frieden und Harmonie. Liebe, Frieden und Harmonie. Singt dieses Ho-Mantra, das so eine wunderbare Frequenz hat, immer wieder. Und es wird euch selbst ganz gut tun. Und wenn wir da noch alle Seelen einladen, alle Seelen, die dem Licht dienen, wenn wir das wirklich als Dienst machen, dann ist es noch viel wertvoller. Weil so viele Seelen freuen sich darüber, dass wir jetzt an sie denken, sie mit einladen, und sie mit ihnen schannten, dass sie uns ganz viel Liebe zurückschenken. Und dadurch werden wir noch schneller, gesünder und glücklicher. Also das erhöht eigentlich das, was wir hier tun, ja, sehr, sehr stark. Aber lasst uns gar nicht tun, nur damit wir glücklicher, gesünder werden, sondern auch, weil so viele Seelen brauchen. Im Moment gibt es so viele Katastrophen, Unruhen, Kriege, ja, so viel Chaos auf der Welt, so viele Menschen, die krank sind, Hilfe brauchen. Ja, lasst uns für die tun, die es jetzt am nötigsten brauchen. Wir laden alle lichtvollen Seelen ein, jetzt mit uns zu schanten. Wir danken euch. Danke. Lass uns noch einmal singen und dann noch in eine tiefere Verbindung gehen, indem wir die Kalligrafien auch nachfahren. Dieses hohe Schwingungsfeld, damit schaffen wir so eine ganz direkte Verbindung durchs Nachfahren. Ihr könnt mit den fünf Fingern nachfahren, um die fünf Elemente in Harmonie zu bringen oder mit dem ganzen Unterbauch. Dann kommt der ganze Körper noch schneller, mehr in Harmonie und eben auch eure grundlegenden Energiezentrum, euer wahres Selbst, bringt ihr dadurch leichter, schneller in Harmonie. Und wir haben ja vorhin gehört, je mehr wir positiv denken, beeinflusst es auch unsere Entscheidungen, unsere Essensauswahl. Also wir können auch so rum rangehen und uns dann auf Materieebene unterstützen in dem, was wir zu uns nehmen. So, lasst uns jetzt die Love is Harmony Kalligrafie nachfahren. Wer will, kann natürlich auch sitzen bleiben, sich einfach nur mit dem Text noch einmal tiefer verbinden, sich selbst ganz viel Liebe schenken, Liebe weitergeben, sodass Liebe, Frieden, Harmonie entsteht. Und damit ich nicht davor sitze, und dann können wir jetzt miteinander nachfahren. Und dann können wir jetzt miteinander nachfahren. und dann können wir jetztливо보 난, an profession, und dann ein bisschen. Und das Leben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020